Welche Geburtsjahrgänge können im Februar 2024 erstmals in eine Altersrente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, auch das ist wieder mal ein ganz wichtiges Thema, was sich ja von Monat zu Monat ständig ändert, nämlich die Frage, wann kann ich im Februar 2024 erstmals in Rente gehen? Welcher Geburtsjahr kann da erstmals eine Altersrente in Anspruch nehmen? Wir reden hier in diesem Beitrag, oder ich rede hier in diesem Beitrag nicht über das Thema, wann ich im Februar 2024 in eine Rente wegen Erwerbsminderung gehen kann oder die beanspruchen kann. Das ist fast, ich sag's immer ganz vorsichtig ausgedrückt, vom Lebensalter her fast unabhängig, aber das ist wirklich nur so ganz grob gesagt. Aber bei den Altersrenten kann ich das so nicht sagen, sondern da geht es wirklich um die Frage, welches Lebensalter muss ich vollendet haben, damit ich erstmals im Februar 2024 in Rente gehen kann. Und da starten wir einfach mal, legen wir klassisch los mit der Regelaltersgrenze, äh, Regelaltersrente. Die Regelaltersrente ist ja sozusagen die Mutter aller Renten in Deutschland, ja. Wir wissen, dass die Geburtsjahrgänge von 1964 erst mit Vollendung des 67. Lebensjahres da in Rente gehen können, aber hiervon reden wir jetzt erstmal gar nicht, sondern wir fragen uns, Welche Geburtsjahrgänge können ab 1. Februar 2024 mit der Regelaltersrente in Rente gehen? Und das sind die Geburtsjahrgänge vom 2. Januar 1958 bis einschließlich 1. Februar 1958. Also alle diese, alle diese genannten Geburtsjahrgänge in diesem genannten Zeitraum können sozusagen ab dem 1. Februar, erstmals, 1. Februar 2024 erstmals die Alter, die Regelaltersrente in Anspruch nehmen. Diese Rente hat keinen Abschlag. Diese Rente benötigt maximal oder mindestens fünf Jahre Beitragszeiten. Das können Pflichtbeitragszeiten sein, das können freiwillige Beitragszeiten sein, das können aber auch Beitragszeiten sein, die als Pflichtbeitragszeiten aufgrund besonderer gesetzlicher Regelung als gezahlt gelten. Denken wir zum Beispiel an die Kindererziehungszeiten. Also meine Damen und Herren, wer am 1. Januar 1958 geboren wurde, der kann erstmals zum 1. Januar 1958 2024 in die Regelaltersrente gehen. Wer am 2. Januar 1958 geboren wurde, der kann erstmals zum 1. Februar 2024 die Regelaltersrente beanspruchen. Bitte nicht vergessen, Rentenantrag stellen. Ja, dann geht es weiter mit der Altersrente für langjährig Versicherte. Auch hier ist es relativ einfach. Die Altersrente für langjährig Versicherte ist frühestens möglich nach den gesetzlichen Regelungen mit Vollendung des 63. Lebensjahres möglich. Die Geburtsjahrgänge vom 2. Januar 1961 bis einschließlich 1. Januar 1961 können erstmals zum 1. Februar 2024 in diese Altersrente gehen. Dann leider aber mit 12,6 Prozent Abschlag. Ich sage leider aber, weil der Abschlag jährlich immer steigt. Und diese Rente geht aber nur, wenn Sie 35 Jahre Wartezeiten nachweisen können. In diesen 35 Jahren Wartezeiten fallen sozusagen alle rentenrechtlichen Zeiten, die es nach dem SGB VI gibt, hinein. Ja, dann als nächste Altersrente die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Das ist die Altersrente, für die Sie ab Rente beginnen einen Grad der Behinderung von 50 benötigen. Sie müssen diesen nachweisen entweder durch einen entsprechenden Feststellungsbescheid des Versorgungsamtes oder aber Sie haben den Schwerbehindertenausweis im Portemonnaie. Ja, und die Geburtsjahrgänge vom 2. Januar 1962 bis einschließlich 1. Juni 1962 können erstmals zum 1. Februar 2024 in die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehen. Dann mit dem maximalen Abschlag von 10,8 Prozent. Der Abschlag, der Maximumabschlag bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen beträgt immer nach den gesetzlichen Vorschriften 10,8 Prozent. Das gleiche gilt auch für die Wartezeit 35 Jahre wie bei der Altersrente für langjährig Versicherte. Da ist praktisch Gleiches zu beachten und auch zum Rentenbeginn nachzuweisen. Meine Damen und Herren, last but not least meine Lieblingsaltersrente. Das ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die gibt es ja seit dem 1. Januar 2012 und die wurde dann nochmal modifiziert durch Frau Nahles zum 1. Januar 2014. Und in diese Altersrente können erstmals zum 1. Januar 2024 die Geburtsjahrgänge vom 2. Januar 11. 1959 bis zum 1. Januar 12. 1959 oder einschließlich 1. Januar 12. 1959 gehen. Diese Altersrente benötigt 45 Jahre Wartezeit. Das sind im Normalfall Beitragszeiten, Pflichtbeitragszeiten und auch unter Umständen freiwillige Beitragszeiten. Aber meine Damen und Herren, damit das auch klar ist, diese Altersrente genauso wie die rege Altersrente hat keinen Abschlag. Also es gibt hier auch keinen vorzeitigen Rentenbeginn wie bei der Altersrente für langjährig Versicherte zum Beispiel. Und eines dürfte auch klar sein, wenn Sie die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in Anspruch nehmen wollen, haben Sie auf jeden Fall eine geringere Rente, als wenn Sie noch zwei Jahre länger arbeiten würden und dann in die Regelaltersrente gehen würden. Also, meine Damen und Herren, das war sozusagen mein Überblick über die entsprechenden Geburtsjahrgänge, die im Februar 2024 erstmals in eine Altersrente gehen können oder diese beanspruchen können. Bitte bedenken Sie auch, bei erstmaligem Rentenbeginn gibt es immer die Möglichkeit, dass Sie sich mit dem Rentenantrag sozusagen noch drei Monate Zeit lassen können. Das heißt also, es gibt da so eine Rückwirkungsmöglichkeit, dass wenn Sie zum Beispiel die Rente beginnt am 01.02.2024, dann zählen wir den Februar, den März und den April. Dann können Sie sich bis 30. April sozusagen Zeit lassen, dort den Rentenantrag stellen und zwar rückwirkend zum 01.02.2024. Aber, meine Damen und Herren, soweit muss man es ja nicht kommen lassen. Deshalb bitte bedenken Sie, Rentenantrag rechtzeitig stellen und dann kann es losgehen mit Ihrer Altersrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.